Hallo, ich möchte euch heute die Highland vorstellen. Das ist ein Garn aus der Premium Schiene von Prolana. Die Highland besteht zu 65% aus Wolle, 25% Moher und 10% Seide und läuft 100 Meter auf 50 Gramm. Also ein sehr weiches Garn, das weit läuft und deshalb weiche Modelle zulässt. Einige sind in der Kreativmasche veröffentlicht. Das Heft ist unter diesem Video verlinkt. Ihr findet es beim OZ Verlag unter SD 045. Zum Beispiel ist dieser korallefarbene Pulli aus der Highland gemacht. Und auch dieser Streifenpulli in den harmonischen Brauntönen. Und dieser Poncho, der wirklich schön weich fällt. Muster kommen sehr gut raus mit diesem Garn. Und auch das ist ein Modell aus der Highland. Ihr bekommt das Garn beim Fachhändler. Auch die Liste ist unter dem Video verlinkt. Dann einfach viel Spaß beim Ausprobieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017